Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen zeigen, was Coop alles unternimmt, um Ihnen die Qualität der Produkte auch garantieren zu können. Zum Beispiel bei diesen frischen Gemüse aus der Medidose. Das steht darauf, kontrollierten Anbau durch Coop-Labor. Das wird schon gut vorgesorgt, bevor das Gemüse anfängt zu wachsen. Wie kann man jetzt aber schon vor dem Säen die Qualität des Gemüses verbessern? Ganz einfach, indem man auf die Qualität des Bodens achtet. Die Anbaufachleute von Coop arbeiten eng mit den Landwirten zusammen. Schon vor dem Säen werden die Bodenproben genommen. Diese werden dann im Labor von der Forschungsanstalt auf dem Mineralgehalt prüft. Auch die Qualität des Saatguts wird durch einen speziellen Versuchsanbau sorgfältig ausgewählt. Dank dieser mehrfachen Anbaukontrollen von Coop wächst für das Medigemüse nur gesunde Saat in gutem Boden. Und vor der Ernte wird ausser dem Boden auch das reife Gemüse sorgfältig kontrolliert. Diese Gemüseproben gehen dann ins Coop-Labor zur Analyse, unter anderem vom Nähr- und Mineralstoffgehalt. So kommt garantiert nur frisches Gemüse von aller bester Qualität direkt vom Feld in die Produktion. Und dort kommt das Gemüse erntefrisch in die Mididose und wird schnell und schonend sterilisiert, ohne Konservierungsmittel, sodass Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben. Apropos Vitamine. Haben Sie gewusst, dass zum Beispiel Bohnen aus der Mididose gleich viele Vitamine haben wie diese aus dem Garten? Jetzt läuft bei Coop gerade eine Grossaktion, wo Sie fünf verschiedene Gemüsekonserven zu unschlagbaren Preisen bekommen. Und eben mit einer sicheren Qualitätsgarantie von Coop. Ich habe Ihnen noch einen Schlankheitstipp auf den Frühling. Dreimal täglich ein Apfel. Am besten fangen Sie gerade jetzt an. Die Gelegenheit ist günstig. Bei Coop gibt es jetzt Golden Delicious 1A-Qualität in diesen praktischen Tragtaschen zum Coop-Aktionspreis. Aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. So, wir danken fürs Zuschauen. Gerne ins Coop-Center für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Zistig jetzt beim Coop folgende Hit-Angebot. 10 Sorten Matchi Delicatess-Suppe nach Walder-Beutel nur 55 Rappen. 450 Gramm Midi-Gonfi, Aprikose nur 1,30 und Erdbeere nur 1,50. 800 Gramm Lioba Fondue fixfertig für nur 5,80 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag zweimal 500 Gramm Gala Hörnli für nur 2 Franken und zweimal 500 Gramm Gala Spaghetti ebenfalls 2 Franken. Golden Delicious 1A-Klasse in der praktischen Tragtasche. Das Kilo nur 1,40. Und jetzt ein Spezialangebot vom Coop-Fotoservice. Wenn Sie beim Coop Farbfotos im Standardformat oder extra gross bestellen, entwickeln wir Ihren Farbnegativ-Film gratis. Also, profitieren Sie morgen in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen.